Grüezi miteinander! Zu Beginn dieses Beitrags möchte ich zuallererst demütigst um Entschuldigung bitten. Ich habe im letzten Video vielen nordostdeutschen Zuhörern zu viel zugemutet. Das zuletzt besuchte Bundesland habe ich nämlich konsequent falsch ausgesprochen und falsch betont. Das machen aber scheinbar viele, selbst Deutsche, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, aber das macht das Hopperlaum keinen Deut besser. So sei also allen, am allermeisten mir selbst, hinter die ungewaschenen Ohren geschrieben, dass es nicht Mecklenburg, sondern Mecklenburg heisst. Ebenso wurde mir in, glaube ich, zwei oder drei Kommentaren Na gut, in gefühlt 132 erklärt, dass bei Güstrow das W am Ende stumm ist. Das gilt auch für Familiennamen oder andere Ortsnamen in Ost- und Nordostdeutschland. Dieses meist aber nicht ausschliesslich slavische Ohw am Ende eines Begriffs zeigt an, dass das Oh langgezogen wird. Aus Mecklenburg-Güstrow, wie ich es fälschlicherweise bezeichnete, wird also Mecklenburg-Güstrow. Daher möchte ich noch einmal um Entschuldigung bitten, vor allem weil ich eigentlich Begriffe nachgeguckt habe. Strelitz zum Beispiel hätte ich instinktiv Strelitz ausgesprochen, aber schon vermutet, dass das die Deutschen wohl anders betonen und lag damit richtig. Auch hätte mein alemannischer Instinkt von Rostock gesprochen, wusste aber fussballbedingt, dass es Rostock heisst. Es sei also auch allen Nicht-Mecklenburgern gesagt, dass im Namen des nordöstlichen Bundeslandes kein Äh vorkommt. Und bei den Mecklenburgern und allen Nord- und Nordostdeutschen möchte ich noch einmal um Verzeihung bitten. Ich weiss selbst, wie es ist, wenn es einem die Zehennägel hochrollt, weil jemand einen vertrauten Namen komplett falsch betont oder ausspricht. Es tut mir leid. Kommen wir nach diesem kurzen Rückblick zu unserem heutigen Bundesland. Zum Freistaat Sachsen. Nein, nein, Spass, diesmal nicht. Wir kommen zum Freistaat Sachsen. Sachsen liegt im Osten Deutschlands. Im Norden grenzt es an Brandenburg, im Nordwesten an Sachsen-Anhalt, im Westen an Thüringen und im Südwesten teilt sich der Freistaat eine ganz kurze Grenze mit Bayern. Im Süden liegt die Tschechische Republik und im Osten Polen. Und mit Sachsen haben wir, wie könnte es anders sein, wieder ein einzigartiges Bundesland. Denn Sachsen ist auf unserer Reise das bisher erste Land, das bereits vor dem Ersten Weltkrieg auf Karten der verschiedenen deutschen Staaten klar erkennbar ist, als politisches Gebilde mit Namen Sachsen. Bereits die ersten Informationen werden für Nicht-Sachsen vermutlich schon einige Fragezeichen aufwerfen. Auf dem Gebiet des heutigen Freistaats Sachsen siedelten vor allem die Hermonduren. Mit den germanischen Stämmen, die sich zu den Sachsen zusammenschlossen im heutigen Nordwestdeutschland, hatte das heutige Sachsen nichts am Hut. Ein Sachsen also ohne Sachsen. Aber eins nach dem anderen. Die Hermonduren siedelten also auf dem Gebiet des heutigen Sachsen. Westliche Teile des Freistaats gehörten wohl zum Thüringer Reich, das wir uns im Beitrag zu Thüringen etwas näher angesehen haben. Um das Jahr 600 wanderten in die sächsischen Gebiete die Sorben ein. Die Sorben sind, genau wie die Polen oder Tschechen, Westslawen. Und diese westslawische Besiedlung werden wir, ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern, noch an zahlreichen Beispielen erkennen. Zu Beginn des 10. Jahrhunderts wurden die Sorben jedoch unterworfen. Und der König Heinrich I. gründete 929 die Mark Meissen. Und in dieser Mark, in diesem Ort, liegt die Wiege Sachsens. In Meissen ließ er eine Burg und hölzerne Wehranlagen bauen, also nicht das Schloss, das ihr hier seht, das wurde erst im 15. Jahrhundert begonnen. Die Albrechtsburg gilt als der erste Schlossbau Deutschlands. Und ja, auch darüber kann man angeregt diskutieren, was ich jetzt aber nicht tun werde. Wir haben also mitten in Sachsen einen Vorposten der deutschen Besiedlung, die Sorben wurden in den Osten gedrängt oder vermischten sich mit den deutschen Siedlern. Heinrichs Sohn Otto I. gründete 967 das Bistum Meissen. Und damit setzte neben der deutschen Besiedlung ehemaliger Sorbengebiete auch die Christianisierung der Sorben ein. Ein wenig mehr als 100 Jahre später, im Jahr 1089, werden die Weichen für das junge Land gestellt. Graf Heinrich I. erhält die Mark Meissen als Lehren. Und damit nimmt die Herrschaft der Vettiner ihren Anfang. Die Vettiner waren eins der einflussreichsten deutschen Adelsgeschlechter überhaupt. Und diese Herrschaft soll knapp 800 Jahre währen. Vom 10. bis 13. Jahrhundert konnte sich die Markgrafschaft Meissen ausdehnen. Allen voran in den Norden und in den Osten. Und genau unter dieser vettinischen Herrschaft stieg Meissen zu einer bedeutenden Markgrafschaft auf. Wirtschaft und Kultur erlebten eine erste Blütezeit. Die grossen Städte des Gebiets erhielten nach und nach das Stadtrecht 1165 Leipzig, 1216 Chemnitz und Dresden. Und wie sagt man so schön, wenn's läuft, dann läuft's. 1268 wurde durch einen grossen Silbererzfund in Freiberg, das liegt zwischen Chemnitz und Dresden, ein regelrechter Silberrausch ausgelöst. Die Vettiner bauen ihre Macht und ihren Einfluss immer weiter aus. Und was sehen Könige und Kaiser gar nicht gerne? Richtig, wenn einzelne Gebiete wie das der Vettiner zu mächtig werden. Albrecht I. aus dem Hause Habsburg, ab 1298 König des Heiligen Römischen Reichs, forderte einige vettinische Gebiete zurück. Die Vettiner ihrerseits dachten nicht daran, ihre Gebietszugewinne wieder zurückzugeben. 1307 besiegten die Vettiner die kaiserlichen Truppen. Ein weiterer, eindrücklicher Beweis für ihre Macht und ihren Einfluss. Langsam kommen wir auch zu jener Zeit, die erklärt, weshalb die Markgrafschaft Meissen begann, den Namen Sachsen zu führen. Im Beitrag zu Niedersachsen haben wir gelernt, dass die Sachsen, also der germanische Stammesverband, nicht auf dem Gebiet des heutigen Sachsen siedelte. Der Name Sachsen wanderte aus dem ehemaligen Stammesherzogtum Sachsen im Nordwesten in den Osten, also der Titel Herzog von Sachsen wanderte. 1423 belehnte Kaiser Sigismund den vettinischen Markgrafen Friedrich den Streitbaren mit dem Herzogtum Sachsen-Wittenberg. Das dortige Kurhaus, die Askanier, war im Mannesstamm ausgestorben. Friedrich der Streitbare erhielt mit Sachsen-Wittenberg auch die Kurwürde. Und damit war er Kurfürst von Sachsen. Damit wurde das Kurfürstentum Sachsen und der Titel Kurfürst von den Askaniern übernommen. Das Herzogtum Sachsen-Wittenberg war bereits seit 1356 mit der Kurwürde ausgestattet. Aber eben erst 1423 erhielten die Vettiner die Kurwürde. Und damit sind wir 1423 beim vettinischen Kurfürstentum Sachsen. Aus der Markgrafschaft Meissen wurde also über mehrere Jahrhunderte das Kurfürstentum Sachsen. 1464 erwählten die vettinischen Kurfürsten Dresden als Residenzstadt. Wir sind also beim vettinisch regierten Kurfürstentum Sachsen angekommen. Und in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts unter den Enkeln von Friedrich dem Streitbaren, dem ersten vettinischen Kurfürsten, sollte etwas passieren, was langfristig der wohl entscheidende Grund war, weshalb Sachsen zwar ein mächtiges und wohlhabendes Gebiet war, aber es in letzter Konsequenz doch nicht zur absoluten Grossmacht reichte. 1485 fand nämlich die Leipziger Teilung statt. Was ist passiert? Albrecht und Ernst, zwei Brüder und die Enkel von Friedrich dem Streitbaren, regierten die vettinischen Besitzungen gemeinsam. Und was geschieht, wenn gemeinsam regiert wird? Man beginnt zu streiten, man ist sich uneins. Und die beiden Brüder einigten sich darauf, die vettinischen Herrschaftsgebiete aufzuteilen, in eine albertinische und eine ernestinische Linie. Albert regierte nach dieser Teilung das Herz des heutigen Sachsens. Ernst hingegen erhielt die Kurwürde und den Norden bzw. den Westen des heutigen Sachsens. Zudem war diese Leipziger Teilung auch die Geburtsstunde der thüringischen Gebiete, die später zum Land Thüringen gehörten. Die weltumspannende Geschichte mit Martin Luther und was der Kurfürst von Sachsen damit zu tun hatte, das haben wir uns bereits im Beitrag zu Thüringen angesehen. Jetzt habt ihr bestimmt bemerkt, dass die Kurwürde nicht Albert, sondern Ernst zufiel. Also die sächsischen Kerngebiete mit Meissen und Dresden wurden nicht mit der Kurwürde ausgestattet. Das änderte sich erst 1547. Kaiser Karl V. führte gegen die reformierten Fürsten Krieg. Und zu diesen Kriegsgegnern gehörte die ernestinische Linie. Die kaisertreuen Truppen, darunter die Albertiner, gewannen diesen Krieg und der Kurfürstentitel ging an die Albertiner in Gestalt von Moritz von Sachsen. Nach der Wittenberger Kapitulation erhielten die Albertiner nicht nur diesen Kurfürstentitel, sondern auch nahezu alle ernestinischen Gebiete, die heute zum Freistaat Sachsen gehören. Die Ernestiner regierten fortan vor allem Gebiete, die zum heutigen Thüringen gehören. Der Osten und kleine Teile im Westen fielen an Böhmen. Das Vogtland im Westen wurde bereits 1569 vom sächsischen Kurfürsten von den Herren von Plauen zurückgekauft. Und nach dieser ereignisreichen Zeit mit Kriegen, Teilungen und Streitereien setzte abermals eine Epoche des Wohlstands ein. Bis zum Dreissigjährigen Krieg 1618 entwickelte sich Sachsen zu einem der reichsten deutschen Länder überhaupt. Während des fürchterlichen Dreissigjährigen Kriegs sollte Sachsen noch einmal mehrere Erfolge erzielen, die Verwüstungen und die Pestjahre schwächten die Bedeutung Sachsens im Reich aber nachhaltig. Folgendes ist passiert. Sachsen war zu Beginn des Dreissigjährigen Kriegs neutral, kurze Zeit später auf der Seite der schwedisch-protestantischen Truppen. Der Grund ist relativ simpel. Sachsen versprach sich, die Ober- und Niederlausitz, heute im Osten des Freistaats, von Böhmen zu erhalten. Im Prager Frieden von 1635 wurde dies auch Realität. Die Ober- und Niederlausitz waren fortan nur noch lehen in böhmischen Händen. Sachsen gehörte am Papier zwar zu den diplomatischen Siegern des Dreissigjährigen Krieges, aber hatte dafür einen hohen Preis zu bezahlen. Grosse Teile Sachsens wurden zerstört, Krieg und Pest haben die Bevölkerung mehr als halbiert. Doch selbst hiervon konnte sich Sachsen wieder erholen. 1694 begann die Herrschaftszeit des Kurfürsten Friedrich August I., genannt der Starke. Er konvertierte 1697 zum Katholizismus, um die polnische Königskrone zu erhalten. Aufgrund der Personalunion war August der Starke, also nicht nur Kurfürst von Sachsen, sondern auch König von Polen und Grossherzog von Litauen. Unter ihm erlebte Sachsen wieder eine Blütezeit. Die Dresdner Barockbauten gehen vor allem auf jene Zeiten zurück. Die sächsische Macht und der sächsische Einfluss in Polen stiess aber besonders den Preußensauer auf. Viele Auseinandersetzungen und Streitereien waren die Folge. Am Ende des Siebenjährigen Krieges verliert Sachsen 1763 neben Einfluss und Territorium auch die polnische Krone. Spätestens nach diesem Krieg um die Machtbalance in Europa und der gesamten Welt war klar, dass sich Preußen als deutsche Hauptmacht etabliert hat. Sollte es darüber noch Zweifel geben, dann haben die Sachsen spätestens in der napoleonischen Zeit endgültig ihren machtpolitischen Niedergang besiegelt. Sie haben schlicht und ergreifend gepokert und nahezu alles verloren. Zu Beginn der napoleonischen Kriege kämpfte Sachsen gegen die Franzosen. Nach zwischenzeitlichem Friedensschluss und dem Beitritt zum Rheinbund mit der Königswürde ausgestattet, schloss sich Sachsen in der Völkerschlacht zu Leipzig, dem französischen Kaiser, an. 1806 erhielt Friedrich August I, erster König von Sachsen, die Königswürde aus den Händen von Napoleon höchstpersönlich. Die militärische Niederlage in Leipzig vermochte aber nicht einmal Napoleon zu verhindern. Und die siegreichen Preußen machten am Wiener Kongress den Sachsen machtpolitisch den Gar aus. Das doch stattliche Königreich Sachsen verlor an dieser Neuordnung Europas zwei Drittel seiner Fläche und knapp ein Drittel seiner Bevölkerung an Preußen. Ab 1815 war das Königreich Sachsen sogar um einiges kleiner als der heutige Freistaat Sachsen. Und damit sind wir bei jenem Sachsen angekommen, das wir uns vor gefühlt drei Stunden angesehen haben. Das Königreich Sachsen vor dem Ersten Weltkrieg und der Freistaat Sachsen innerhalb der Weimarer Republik. Und rückblickend auf die Geschichte Sachsens ist es doch erstaunlich, wie oft Sachsen Rückschläge erlitt, aber doch mehrfach wieder zu neuer Blüte aufsteigen konnte. Auch eine interessante Was-wäre-wenn-Frage ist, was mit Deutschland und den deutschen Gebieten geschehen wäre, hätte sich Sachsen nicht geteilt, hätte Sachsen seine machtpolitischen Ambitionen voll ausspielen können. Vielleicht sogar als deutsche Hauptmacht anstelle von Preußen. Ich weiss, hätte Varitati, aber doch spannend sich vorzustellen, wie Deutschland aussähe, hätte Sachsen und nicht Preußen das Machtruder an sich gerissen. Wie dem auch sei. Das Land Sachsen gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg zur sowjetischen Besatzungszone. Und mittlerweile wird das keine Überraschung mehr sein. Das Land Sachsen wurde 1947 mit einer eigenen Verfassung ausgestattet. Und bei der Gründung der beiden deutschen Staaten gehörte es zur Deutschen Demokratischen Republik, der DDR. 1952 erfolgte innerhalb der DDR aber die Neugliederung und alle Länder wurden in Bezirke aufgeteilt. Unser Sachsen in die Bezirke Leipzig, Dresden, Teile von Cottbus und Karl-Marx-Stadt. Die Karl-Marx-Stadt kennt ihr vermutlich eher unter dem Namen Chemnitz. Nein, nein, Spass, Chemnitz, ich weiss schon. Auf jeden Fall hiess Chemnitz von 1953 bis 1990 Karl-Marx-Stadt. Und kleiner Spassfakt, Karl-Marx hat die Stadt Chemnitz wohl nie betreten. Ich erwähnte, dass die sorbische, also slawische Besiedlung an vielen Namen noch heute abzulesen sei. So auch Chemnitz. Chemnitz geht wohl auf das altsorbische Kamenica zurück, was frei übersetzt so viel wie Steinbach bedeutet. Und so nannten die Sorben den Fluss, der durch Chemnitz fliesst, der ebenfalls Chemnitz heisst. Der Freistaat Sachsen wurde, genau wie alle anderen neuen Bundesländer aus der DDR, 1990 gegründet. Zum Zeitpunkt der Gründung war es noch etwas kleiner als heute, da Gebiete von zum Beispiel Thüringen nach Volksbefragungen an Sachsen abgetreten wurden. Sachsen könnte auch noch grösser sein, aber in Thüringen haben wir gelernt, dass eine Volksbefragung im Altenburger Land einfach ignoriert wurde. Der Freistaat Sachsen ist heute knapp 18.500 Quadratkilometer gross. Das ist etwas weniger als die Hälfte der Schweiz. Oder viereinhalb Mal Sachsen ergibt Österreich. Oder etwas mehr als 34 Mal Sachsen ergibt Frankreich. Oder etwa 115 Mal Lichtenstein ergibt Sachsen. Was ich damit sagen möchte, Mathe macht Spass. Weniger spassig sind der Zweite Weltkrieg und die Nachwehen der Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten. Ich glaube, allen sind die Luftangriffe auf Dresden ein Begriff. Die Stadt wurde 1945 in Schutt und Asche gebombt. Der anschliessende Feuersturm wütete tagelang und die Stadt brannte lichterloh. Nach heutigen Schätzungen sind in diesen wenigen Tagen der Zerstörung bis zu 25.000 Menschen ums Leben gekommen. Sachsen hatte in der Folgezeit auch die flüchtende Bevölkerung aus den Ostgebieten zu versorgen. Etwa 14 bis 15 Millionen Deutsche wurden aus den Ostgebieten, also aus dem heutigen Polen oder der Tschechoslowakei, vertrieben. Zwischen 500.000 und einer Million Menschen sind dauerhaft in Sachsen untergekommen. Die Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei flüchteten vor allem in die nächsten Städte, darunter das sächsische Görlitz. Die Sachsen selbst litten schon Hunger und Armut und konnten die hunderttausenden Flüchtlinge nicht ausreichend versorgen. Hungersnöte und Tote waren die Folgen. Heute leben im Freistaat Sachsen etwas mehr als vier Millionen Menschen. Die Landeshauptstadt Dresden ist, vor allem wenn man sich vor Augen führt, wie es hier 1945 aussah, eine traumhaft schöne Stadt. Hier leben etwa 555.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und natürlich ist auch Dresden ein ursprünglich slawischer Name. Der sorbische Urname dieses Ortes bedeutete in etwa Siedlung der Leute am Wald oder Sumpf. Und wenn wir uns schon schöne Städte ansehen, dann darf das nördliche Leipzig nicht fehlen. Ebenfalls wunderschön und natürlich sorbischen Ursprungs. Leipzig geht auf das altsorbische Wort für Linde zurück und bedeutet in etwa Ort, an dem Linden wachsen. Jetzt habe ich die Sorben schon zigfach erwähnt. Und tatsächlich gehört Obersorbisch, das im Osten von Sachsen gesprochen wird, zu den geschützten Minderheitensprachen in Deutschland. Obersorbisch wird noch von etwa 25.000 Menschen gesprochen. Und wie speziell das klingen kann, das hören wir hier. In der nächsten Jahrzehnte ist wieder eine neue Redaktion von Ulkidirdom.de. Und das ist ein sehr schönes Wettbewerb, das in einem Miesseckischen Magazin mit zwei Routinen stattfindet. Deshalb ist der Serbische Welt überprüft, und es ist ein sehr spannendes Thema. Nachdem wir uns in der Telefonklinie in der Telefonklinie in der Telefonklinie in der Telefonklinie haben, ist ein ganzes Wettbewerb, das in der Telefonklinie in der Telefonklinie in der Telefonklinie und in der Telefonklinie in der Telefonklinie in der Telefonklinie in der Telefonklinie und eine von zwei Mitgliedern ist ein Bild von der Kreuzklinie in der Telefonklinie. Das war das auch der Organisator der Region. Und dann? Wir haben uns die, die viele Kamera und die andere Stadte. Wir haben uns sehr viele Klinien, die wir in der Telefonklinie in der Telefonklinie in der Telefonklinie. Das war so klein, das war so sehr, sehr schwer, dass ich mich sehr gut fühle. Wie Sachsen zu seinem Namen kam und dass die heutigen Sachsen eigentlich gar keine Sachsen sind, sondern sich der Titel auf die Ländereien übertrug, das wissen wir bereits. Und aus dem Beitrag zum Niedersachsen wissen wir auch, dass sich mehrere germanische Stämme in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt zu den Sachsen zusammenschlossen. Eine der wohl bekanntesten Erklärungen lautet, dass die Sachsen eben Sachsen hiessen, weil der Sachs, ein Kurzschwert, eine beliebte Waffe der Germanen war. Der Zusatz Freistaat erinnert an das Ende der Monarchie 1918. Am Status als Bundesland ändert dieser Zusatz rechtlich nichts. Hinter dem Wappen steckt eine Geschichte, für die wir etwas ausholen müssen. Im Beitrag zu Niedersachsen haben wir gelernt, dass das Stammesherzogtum Sachsen 1180 aufgelöst wurde. Dem Askanier Bernhard III. fielen Gebiete um Lauenburg zu. Und er erhielt die Würde eines Herzogs von Sachsen. Als Familienwappen führte der neue Herzog einen schwarz-goldenen Balkenschild. Etwa 80 Jahre später legten die Askanier einen Blätterzweig darüber. Im Laufe der Jahre wurde daraus der heutige Rautenkranz. Und wer erhielt 1423 das bis dahin askanische Sachsen-Wittenberg? Richtig, die Vettiner, die Herrscher des damaligen Gebiets von Sachsen. Und dieses Gebiet Sachsen-Wittenberg, das mit der Kurwürde verbunden war, war den Vettinern natürlich wichtig. So sehr, dass sie das Wappen übernommen haben. Die weiss-grüne Flagge ist etwas jünger. Sie entstand 1815 und sollte eine bewusste Abgrenzung und ein Neuanfang für Sachsen sein. Die Farben der Vettiner waren ursprünglich gelb-blau, die übernommenen Farben der Askanier schwarz-gold. Und grün-weiss war nichts davon. Auf dem Gebiet des heutigen Sachsen sind viele Menschen geboren, die ihr mehr oder weniger alle sehr gut kennt. In Leipzig wurde Richard Wagner geboren, in Zwickau der ebenfalls bedeutende und berühmte Komponist Robert Schumann, nordwestlich von Bautzen wurde Gotthold Ephraim Lessing geboren und noch einmal in Leipzig ist Gottfried Wilhelm Leibniz auf die Welt gekommen. Eine besonders positive Assoziation mit Sachsen ist für mich auch der in Plauen geborene Olaf Schubert. Meiner bescheidenen Meinung nach einer, wenn nicht der beste Komiker aus Deutschland. Das aber nur als ganz subjektiver, persönlicher Einwurf. Kulinarisch fiel mir vor allem die spannende Geschichte des Dresdner Christstollen auf. Dresdner Christstollen haben sicherlich schon alle einmal probiert. Also vielleicht keine originalen Dresdner Produkte, aber Christstollen im Allgemeinen. Dresdner Christstollen sind aber begrifflich geschützt. Er besteht unter anderem aus Mehl, Hefe, Milch, Rosinen, Butter und Mandeln. Das war aber nicht immer so. Diese Stollen waren ursprünglich ein Fastengebäck und bestand nur aus Mehl, Hefe und Wasser. Ernst von Sachsen, ja kennt ihn noch, der Begründer der ernestinischen Linie, bat jedoch den Papst darum, zumindest das Butterverbot aufzuheben, um dem faden Fastengebäck etwas mehr Geschmack einzuhauchen. 1491 hob der Papst im sogenannten Butterbrief das Butterverbot auf und legte damit den Grundstein für den köstlichen Dresdner Christstollen. Butter und Milch waren fortan als Zutaten erlaubt. Im Landtag in Dresden stellen CDU, Grüne und SPD momentan die Regierung. Mit 27,5% der Stimmen errang die AfD in Sachsen ihr bestes Ergebnis auf Länderebene überhaupt. Auch speziell, die Linke ist nach CDU und AfD die drittstärkste Kraft in Sachsen. Die etwa 4 Millionen Menschen in Sachsen begrüssen jedes Jahr etwa 8 Millionen Touristen. Und nach allem, was ich von diesem Freistaat gesehen habe, lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall. Ein Besuch im Freistaat Sachsen, dessen Wiege im 10. Jahrhundert in der Markgrafschaft Meissen liegt und danach eine turbulente Zeit erlebte. Ein Auf und Ab, blühende Zeiten des Wohlstands, zermürbende Zeiten der Verwüstung und des Niedergangs. Immer wieder auferstehend, hartnäckig und zäh. Bis das Königreich Sachsen zum Freistaat, der Freistaat zum Land in der DDR, das Land zu Bezirken und die Bezirke wieder zum Bundesland Sachsen wurden, als sich die beiden deutschen Staaten wieder vereinten. Der Freistaat Sachsen im Osten der Bundesrepublik Deutschland. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.